Mein Name ist Patrick Thomas. Ich bin der Animateur vom Natura 2000-Komitee der Pilotage Ur-Wazawa. An einem Natura 2000-Gebiet ist die Biodiversität besonders heiß. Hier gibt es ganz viele Bedrohten, Däurenarten und Lebensräume. Hier in der Ur-Wazawa sind die verschiedenen Natura 2000-Gebiete besonders geprägt durch das Wasser. Für sie zu schützen sind sie sogenannte Managementpläne abgestaltet. Die Rolle des Animateurs ist zu schauen, dass die Maßnahmen wirklich an der Form umgesetzt werden. Wir machen zum Beispiel Gringland-Renaturierungen. Hier gibt es eine besondere Art in der Blumenreich. Wir wissen, wie wir meinen und bringen dann in die Gemeinde eine Flasche, wo es nicht so viele Blumen gibt, um sie zu siedeln. Vor drei Jahren gibt es auch festgestellt, dass es an der Sauern der Population der Bachmuschel gibt, aber dass sie durch eine schlechte Wasserqualität nicht im besten Zustand sind. Aber für den entgegenzuwirken kann man auf ein Projekt auf Begestalt, an dem gezielten Muscheln nur gezielt gehen. Für die Wasserqualität zu verbessern ist es doch wichtig, ein Projekt von der Landwirtschaft zu machen, um den Effekt auf das Wasser von der Landwirtschaft zu klein wie möglich zu haben. Ich denke, Schüttferé von Eis kann zum Gelenke von der Natura 2000-Zieler beidrohen, an dem sind Natur am generell respektiert und sich vielleicht selber auch als ein Deal von der Natur geseit. Schüttferé von Eis kann zum Gelenke von Eis kann zum Gelenke von Eis. Schüttferé von Eis kann zum Gelenke von Eis kann zum Gelenke von Eis kann zum Gelenke von Eis. Schüttferé von Eis kann zum Gelenke von Eis kann zum Gelenke von Eis.